Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K60 in unserem kleinen WWE, äh, unserem kleinen, Alter, was ist heute los? King of the Ring-Turnier! Ich bin der Onkel und wieder mit am Start aus der Rivanu. Hallöchen, Onkel, also wir spielen WWE 2K60, Onkel, wollte ich dir nur was sagen, haben wir noch nicht aufgespielt, aber heute schon. Gestern war natürlich ein beschissener Tag für mich, weil, ja, ist halt so. So, ihr seht natürlich schon den Gegner für den Rivanu, Rivanu seht ihr jetzt noch nicht, und zwar ist nämlich Rivanu, äh, André the Giant. Ja! Geil, da freue ich mich, ich mag das mit den riesen Monstern zu spielen. Und ihr wisst, ihr wisst in der Vergangenheit, ne, ihr kennt ja noch die Vergangenheit, die anderen Wrestling-Matches, die ihr vielleicht schon gesehen habt oder auch nicht, kann ja sein, dass ihr jetzt gerade erst zuschaltet oder auch nicht. Und dann solltet ihr mal diesen Wrestler, den ich jetzt habe, sehen, wie ich mit dem hier durchstarte. Oh mein Gott! Oh ne! André, es war schön mit dir. Aber der Colonel Mustafa ist ein Gott. Naja. Ich weiß nicht warum, ich mag diesen Colonel Mustafa eigentlich überhaupt nicht. Ich hab den aus Witz und Geigelei genommen und jetzt komme ich mit dem so weit. Ja, der wird ein Champion. Das hab ich natürlich nicht gedacht. Ganz gegen den nicht gewinnen. Der ist unbesiegbar. Boah, guck dir das an, die Größenunterschiede. Boah. Ja, dann packe ich dich nochmal kurz. Er lässt mir nicht mal die Größenunterschiede angucken. Aber okay. Boah, nein, Alter, ist Colonel. Ich hab keine Chance, Leute. Ihr seht schon. Der Colonel kommt einfach, der packt... Ne, boah. Das war die Colonel-Bomb war das. Oh, jetzt kommt die Pranke des Lebens, ey. Ich müsste ja mittlerweile ja schon... Die inneren Organe müssten ja meine Hand spüren, wenn ich dich drücke. Boah. Boah, der Bigfoot-Super-Stumper kommt da. Mit wem soll ich den Andre the Chain besiegen, das ist... Oh, mein Gott, ey. Und er schleudert ihn wie eine Puppe durch die Galerie hier. Und mein Bart, der... Oder meine Koteletten sind größer als mein Gesicht. Ja, genau. Ja. Selbstverständlich. Aber das macht nichts. Ich bin Godzilla und Godzilla steht wieder auf. Ach, Mann, ey. So eine Kacke. Falsche Richtung. Und der Kopf platzt hier irgendwann. Wie einem Mülleimer werde ich dich hier rumstoßen. Bei ihm so Mülleimer weiblich, das ist schon mal gut zu wissen. Ich will nicht wissen, was du mit dem Mülleimer machst, wenn du die schon die Mülleimer nennst. Ja, ich weiß, der Colonel Mustafa ist schon... Ich sag ja, guckt euch das an. Guck dir das an, du. Das ist ein Lager. Oh, ich kann nicht wegrennen. Oh, ich kann nicht wegrennen. Oh, da fliegt der wieder. Oh. Oh, ich hab voll Schiss gerade. Ich muss mit André the Giant durchzocken. Du darfst mit ihm nicht nehmen. Du hast ja schon meinen, wie heißt er, meinen Brock Lesnar genommen. Und ich hab echt Schiss, dass du mir auch... Oh. Dass du mir auch den letzten nimmst, den ich habe. Das macht meiner jetzt, aber der zieht dich erstmal in die Ringecke. Oh. Oh, da könnte sogar der Yoko Suno noch was lernen. Bitte, 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 bitte. Oh. Und Cover. Tu es. Ey, der drückt, der covert nicht. Jetzt. Mein Gott. Und er kommt raus. Two. Nein, der kommt raus. Okay, André, ganz ruhig. Nicht aufregen. Ich weiß. Nicht, dass deine Koteletten noch böse werden. Kotelette. Oh, oh. Aber ich war gerade auch schon so gut dran. Ihr wisst es noch. Und dann, oder vor ein paar Tagen... Nein, 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 nein. Du wirst doch wohl nicht irgendwelche Matches voraussagen. Nein, aber... Guckt es euch an. Ja, ja, ich war immer gut dran. Immer. Und dann kam der... Oh, Mann. Immer schön mit dem Kopf in die Wand. So mag ich das. Die so... Oh, was schlimm ist. Die so lade aus mit dem scheiß Delay-Clocken. Ja. Boah, das müssen die hier endlich auch mal gebacken kriegen bei WWE. Die... Irgendwie schon, ne? Also, wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Der Let-Code und so, der ist total von Arsch. Dieses Delay, das hast du bei anderen Spielen, nicht? Das könntest du bei UFC zum Beispiel. Dann haben wir so'n Delay. Verstehe ich gar nicht, warum das so extrem ist. Boah, durch die Wand durch. Wie die Wand? Boah, ich bin da noch auf dir gesprungen. Du müsstest doch mindestens... Mensch, rede doch mal Deutsch. Boah, ich bin auf dich gesprungen. Hahahaha Hahahaha Das schon wieder Hahahaha Der vor lauter Ebenstall ist da eigentlich für geile Schuhe an, Alter, dass sie vorhin die Nikolausspantoffeln, oder? Na, geht er weg! Ja, cool, ey! Oh, Mann, Alter! Oh, da kommt der Big Bub, ey! Ich bin sehr verwirrt gerade Du bist der Big Bub! Big Bub! Jaja Oh, meiner ist erschöpft Oh, das kann man aber nicht warten Oh, Bonsai Drop des Todes Mein Bonsai Drop des Todes Hahahaha Hey, komm rein Das kann nix dafür, meine Bären pranken wollten dich halt anfassen Hahahaha Blockt ab Hahahaha Und ich kann zu, die haben mich hier kaputt gemacht Hahahaha Da steht er auf, die Sau Hahahaha Hahahaha Nein! Ich verstehe es nicht, diese Schmerzen Hahahaha Steh auf! Hahahaha Du hast mir einen Superslam gegeben Hahahaha 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 Steh auf, mein Freund Sei einmal ein Mann Sei ein Mann Hahahaha Sei ein Riese Benimm dich auch so Jetzt! Hahahaha 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 Hat der geklappt? Hahahaha 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 Scheiß Aufgabegriff, ey Hahahaha Ja! Ah! Mein Herz, ey Boah, ist grad stehen geblieben Wenn ich da ausgeschieden wäre, dann hätte ich so Ach jo Komm schon Komm schon. Ich hab noch einen Mega-Block an Energie. Geh doch mal mit deinem Arsch aus, du scheiß Bildschirm. Ich hab den Vater. Ich hab den Schiedsrichter Arsch im Gesicht. Leute, das war wieder eine perverse Anspielung. Auch Schiedsrichter verdient eine Frau. Macht Werbung für ihn. Mein Gott, nee. Komme ich jetzt auch noch mal raus hier, ey? Gibt's ja gar nicht hier, ey. Ich werde langsam nervös, ey. Ja, geht doch, Mann. Oh, er kommt auch, er blockt auch alles, ey. Ist all der Kornel, der ist irgendwie... Warum schreist du denn immer so, Alter? Ich bin grad voller Elan. Ein Drittig verloren, na klar. Ja, Mann. Ach, jo. Ist klar. Er hat Gottmode, er hat Gottmode an. Nein. Ja. Dass ich das noch erleben darf. Was, hätte ich dich aber auch schön unter Kontrolle, muss ich sagen. Zu doll unter Kontrolle, muss ich sagen, mein Freund. Zu doll unter Kontrolle. Och, jetzt geht's wieder los. Alter, 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 Alter. Du kannst die Aufgabe nicht machen. Ich könnte die aufgewiesse Aufgabe. Ja, du hast einen Move versucht, aber der ging nicht. Ich hab nicht gekontert. Mathe? Mathe-Aufgabe? Warte. Ich warte. Ich weiß nicht. Und in die Ecke! What a match, ja, das hab ich mir auch gedacht. Ja, geh mal einfach mal ein bisschen auf den Sack, du. Oh nein! Oh! Der dicke, fette Big Splash Bubble Bubble. Big Splash Battle Diddle Diddle. Oh, er haut ab. Er haut ab. Oh Mann, ey, oh Mann, ey, oh Mann, ey, oh Mann, ey, was mach ich jetzt? Och. Komm rein! Komm gleich. Meiner macht hier Big Splash Super Movies hier. Oh, mein. Das war natürlich jetzt herzhaft knackig. Komm, steh auf, euch gesagt. Mann, ist ja Wahnsinn mit ihr. Ja, der Finish, hat er geklappt, hat er geklappt? Ja! Oh, die End ist near, genau. Und jetzt das Cover, bitte, bitte, bitte. One, two. Ja, das Raus, der Colonel ist weg, ja! Don't be the Colonel in the next game. Boah, ich bin so froh, ey. Der geht mir so auf die Nerven, auf die Nerven. Dieser Schnurrbart, der macht mich aggressiv. Ach so. Ist nur der Schnurrbart. Boah. Oh, nee, das liegt einfach daran, dass ich mit Ando the Giant durchrennen möchte bis zum Ende. Ich hoffe es, dass er es schafft, weil es einfach ein Monster ist. Guter Kampf, Onkel. Also ich hatte vorhin echt Angst gehabt, wo du einmal wieder am Zug warst und mich unter Kontrolle hattest. Ich habe echt gedacht, scheiße. Naja. Okay, meine lieben Freunde, das war's schon wieder für den heutigen Tag, für das heutige Match. Und wir sehen uns dann natürlich morgen wieder. Schaut auch mal bei Rivano vorbei und ja, würde ich sagen, bis denn, ciao! Tschüss!